Heute komme ich gleich zum Punkt. Keine 25 Minuten. Wir machen Schokocookies. Auf geht's. So, und das Rezept ist ziemlich leicht erklärt. Wir nehmen einfach alle unsere Zutaten, vermischen sie in der Schüssel und dann geht's los. Bei den vier Löffeln Kakaopulver mache ich zwei Esslöffel Kakaopulver und zwei Esslöffel Schoko-Eiweißpulver. Die Stipp dumaan, die wir in der Schüssel sch Nightclub stecken. Wo为什么 man ist? Das war ein Merci. Ihr habt einen KackOSован, Spann, Spann. Spannungsgelagshake, Spann. Ihr seid ja immer noch da, mein Gott, lasst gefälligst mal einen Daumen hoch, da schreibt in die Kommentare, was ich kochen soll und erzählt auch deine Mutter von mir.